Hallo, ich bin Paola, ich bin 20 Jahre alt und ich komme aus Kolumbien. Ich bin auf der Europos Grados, um Informationen über ein Master in Deutschland zu bekommen. Hallo, ich heiße Francisco Zuluaga, ich bin 25 Jahre alt, ich komme aus Kolumbien und ich bin hier im Europos Grados, weil ich für folgendes Jahr in Deutschland studiere. Die Europos Grados hier in Kolumbien wird immer von besonders vielen Interessierten besucht. Das ist für uns natürlich besonders interessant. Die Universität Münster nimmt an der Europos Grados teil. Erstens, weil Lateinamerika zu den strategischen Zielländern der Universität Münster gehört. Dann sind wir immer wieder begeistert von der hervorragenden Organisation der Messe, aber auch der Hochschulbesuch hier vor Ort durch den DRHD. Und wir sind immer wieder überzeugt von der Qualität der Anfrage. Wir nehmen an Europos Grados teil, weil wir sehr interessiert sind, mehr kolumbianische Studierenden an unserer Universität zu haben. Und wir sehen das wirklich als eine perfekte Möglichkeit, mit kolumbianischen Studierenden persönliche Gespräche zu führen, persönliche Beratungen zu geben und auch wirklich kolumbianische Studierenden zu verstehen, was sie eigentlich von uns erwarten und was sie auch in Deutschland machen möchten. Ja, die Erfahrung, die ich mit den Studierenden aus Kolumbien habe, ist, dass sie sehr aufgeschlossen sind, sehr interessiert sind, mehr über das Land Deutschlands zu lernen und auch sofort integriert sind und sehr fleissig beim Lernen sind. Es waren sehr viele Besucher und viele haben ein sehr spezifisches Interesse an ihren Fächern. Das ist ein echtes Interesse, was man nicht unbedingt überall antrifft. Eine hervorragende Organisation der Messe hier, es könnte nicht besser sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Gänle Zertuselkurakter Juggeräري Vote bei Martin Lutheran und Ark britann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kontaktos. Für den deutschen Akademischen Austauschdienst ist die Europos Graus das wichtigste Ereignis im ganzen Jahr. Sie bringt Deutschland nach Kolumbien und sie bringt kolumbianische Studenten nach Deutschland. In den letzten Jahren hatten wir jedes Jahr über 10.000 Besucher hier. Das ist die größte Messe dieser Art im Land. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns im nächsten Jahr hier in Kolumbien besuchen. Wie war die Ferien? Ich kann wirklich sehen, dass wir viele Möglichkeiten, die wir uns als Kolumbianer haben, wo wir in Deutschland fahren. Die Wahrheit ist, dass die Akademische Qualität sehr hoch ist. Ich glaube, dass unser destin ist Deutschland. Ich bin sicher. underscore. zweit